Hallo, jetzt warte doch mal. Oh mein Gott, war das furchter. Wie konntest du mir das nur antun? Was denn? In was für einen Film hast du mich denn noch reingeschleppt? Ich dachte, du magst Liebeskomödien. Aber doch nicht im Originalton. Warum mit den Untertiteln? Da kann man der Geschichte doch ganz einfach folgen. Die Geschichte interessiert mich einen feuchten Dreck. Ich will Emotionen, verdammt nochmal. Wo bleiben die? Die gehen im Originalton doch völlig verloren. In der deutschen Synchronfassung kommen die viel besser rüber. Das macht den Film so viel echter, so viel emotionaler. Das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Filme im Originalton gucken, das ist doch Wahnsinn. Ich muss hier weg.